Hamburg. Abschleppfahrer Naim Selmanay vom Abschleppunternehmen Buchholz ist unterwegs zu seinem ersten Auftrag. So, wir fahren jetzt in die *** hier in Willensburg. Da steht ein Renault Megane mit einer Reifenpanne. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Reifenpanne er hat, ne? Ob er den Reifen kaputt gefahren hat oder einen Fremdkörper drinne. Dann müssen wir mal gleich gucken, fragen. Wenn er gegen Cannstern gefahren ist, dann müssen wir ihn so aufladen. Aber wenn er einen Fremdkörper drinne hat, dann können wir den Reifen aufpumpen und dann drauf fahren, damit wir den Reifen dann ein bisschen schonen. Also wir kriegen nur die Information, wie das ein Reifenpanne hat, aber was, wie, das wissen wir nicht. Das wissen wir erst, wenn wir vor Ort sind. Moin, moin. Ja, genau. Nicht da vorne, da weiter. So. Dann machen wir hier am Zielort und Fahrzeug abschleppen. Moin, moin. Moin, moin. Eine Reifenpanne? Ja, nö. Es ist einfach nur zum Reifenwechsel. Bisschen. Bisschen. Und unkordiniert. Die haben den eigentlich heute abholst. Wenn mir steht Reifenpanne. Ja. Also erst fahrbereit, du kannst ihn da rauf fahren. Ja, das ist ja ganz was Neues. Ja, du musst noch unterschreiben und alles. Ja, ich lasse ihn da eben auf und dann machen wir das spätestens. Eine komplizierte Sachlage. Die Autovermietung wollte die Reifen wechseln und dem Kunden zwischenzeitlich einen Ersatzwagen stellen. Doch scheinbar gab es Probleme bei der Kommunikation. Die Autovermietung ordnete nun an, den Wagen abschleppen zu lassen. Ja, der Wagen sollte wahrscheinlich von *** irgendwie abgeholt werden. Reifen wechseln. Das haben die nicht geschafft oder nicht gemacht oder vergessen. Und jetzt soll er von uns jetzt dahin gebracht werden zu der ***. Und da sollen die Reifen dann gewechselt werden. Die Fahrt zur gewünschten Werkstatt dauert eine halbe Stunde durch die Hamburger Innenstadt. Als Abschlepper ist Naim Selmanay im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Ganz Hamburg, also wir sind eigentlich überall. Überall in Hamburg. An manchen Orten seltener, aber sonst überall. Ja, für heute haben sie gesagt 100 Prozent Regen. Zum Glück hat es immer dann aufgehört, wenn wir aufladen wollten. Wenn die Sonne scheint, hat man ja eine bessere Laune als im Regen. Aber da muss man sich durchschlagen. Ein bisschen nass werden. Passt. Nehmenantrieb an. Dann können wir abladen. Jetzt laden wir ab, parken ihn, holen uns einen Stempel und dann sind wir durch. Per Handy bekommt Naim Selmanay den nächsten Auftrag. Wir haben jetzt den Auftrag, in die *** zu fahren. Da soll jetzt ein *** stehen, da ist der Kunde nicht da, kein Schlüssel. Und wir sollen erstmal gucken, ob wir den so verladen bekommen. Naim Selmanay verschafft sich einen Überblick und informiert dann die Zentrale. Ja, Kerstin, also den krieg ich mit. Ja, krieg ich mit. Bring ich zu Sperling. Die Frau war da, der Schlüssel ist da, alles gut. Ja, ja. Manchmal muss man ja auch Glück haben, ne. Bisschen kaputt, ja. Bisschen ist gut. Total Schaden. Da der Wagen nicht mehr anspringt, muss ihn Naim Selmanay mit der Seilwinde aufladen. Hier gehen wir direkt an die Dreieckslenker, weil die Schraube kannst du vergessen, die kriegst du nicht mehr rein da. Deswegen gehen wir dann direkt an die Dreieckslenker hin. Aufbauunfall. Ob sich das noch lohnt? Ob sich das noch lohnt, den zu reparieren, glaub ich nicht. Da sind ja alle Airbags auf. Frontschaden komplett kaputt. Glaub ich eher nicht. Was für ein Wetter. Ja, bei so einem Wetter, ne. Alles friert. Ohren frieren, Nase läuft, alles. Drauf ist er schon mal. Schnell festmachen und los geht's. Jetzt geht ja alles zack, zack, ne. Naim Selmanay fährt zu der gewünschten Werkstatt des Kunden. Jetzt fahren wir zu Sterling. Gut. Hier müssen wir gleich auch gleich wieder raus und mit dem abklären, wohin. Ich geh mal kurz rein, ne. Ja, da müsste einer mithelfen, ne. Beim Schieben oder sowas. Hier, guck mal. Guck mal. Na, hier. So. Dass es so lustig ist. So, ich fahr mal eben hier rückwärts ran, ne. Und dann lad ich ihn ab und dann packen wir ihn irgendwie da rein. Weil er fährt nicht. Ja, mach da so. Ja? Ich glatt den erst mal gerade runter. Dann mach ich mein Plateau wieder hoch. Dann können wir so und dann rückst das rein. Das geht alles gleich durch den Kopf, alles automatisch durch. Wagen startet nicht mehr. Deswegen müssen wir ihn so abladen, ne. Und dann irgendwie reinschieben mit den Kollegen hier zusammen. Durch einen Unfall ist da irgendwas beschädigt. Batterie beschädigt, etc. Ja, alle, hab ich's auf. Das ist ein großer Schaden. Ja, da rein. Ja, da soll er rein. Ich fahr mal Plateau hoch und dann schien wir ihn nach vorne und dann rückwärts rein. Dann müsste es gehen. Nur Vorsicht, ich fahr jetzt nach vorne dann, ne. Ich guck's jetzt mit. Bist zu gehen. Das kann nicht ausgehen. Wir müssen mit Kabel machen. Ja wir müssen mit der Huckabschiebescheide gehen. Ja, das sind ganz schön. Das ist die ganze Zeit. Und jetzt das ist ja ganz schön. Wir müssen wir mit der Huckabschiebe, Unten ist er, geparkt ist er, jetzt machen wir nur noch Papierkram und dann können wir weiter zum nächsten Kunden.